Jetzt gibt's von Felix, Feuerwerk für Paluten. Der hat nämlich ein bisschen was gebastelt im Feuerwerk Simulator. Viele von euch haben mir das empfohlen. Ist auch 48.000 Klicks. Junge, läuft bei dir, Brudi. So, dann gucken wir doch mal rein in das Ding hier. Äh, kurze Frage. Ist das Copyrighted Music? Ich hab gerade so ein bisschen Angst. Ich mute das einfach einmal ganz kurz und werde da so selbstständig ein bisschen Musik drunter legen. Er hat auf jeden Fall, Alter. Also ich meine, ich kenne ja selber den Feuerwerk Simulator und weiß, wie friemelig das Ganze ist, ne? Alter. Er baut da jetzt echt so einen kompletten Palutenkopf. Das ist doch geisteskrank. Also ich bin super cool. Ganz ehrlich. Ich bin immer für geisteskrank. Hat mir da gerade jemand über WhatsApp geschrieben? Mein Vater! Ah, ah, okay. Ich hatte vorhin mit ihm ein bisschen telefoniert. Ähm, mit meinem Vater. Und, ähm, hat ihm ein, zwei Bilder geschickt. Weil ich war ja am Wochenende wieder ein bisschen, äh, wandern. War sehr, sehr geil. Und, äh, ich war auch ein bisschen im Schlittenfahrt. Für die Leute, die die aktuellste Folge Mario Party. Mario, warum sag ich Mario Party? Äh, äh, Minecraft-Mörder gesehen haben. Die, die wissen auf jeden Fall Bescheid. Ah, die Augen macht er mit denen. Ah, es ist schon ganz cool. Also muss ich sagen, ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Vor allen Dingen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Junge, wenn er gleich einfach alles wegballert. Warte mal, ist die Mucke noch da? Oh, ja. Die Musik ist dann doch noch am Start. Wir können jetzt auch mal ein bisschen weiterspringen, ne? Wollen wir mal so ein bisschen gucken? Oh, ja, da sieht man schon... Ja, da erkennt man es auf jeden Fall. Guck mal da, oder? Bilde ich mir das nur ein? Ich finde es auch so geil. Also ich bin richtig happy, dass der Entwickler vom Feuerwerksimulator mich da in das Spiel getan hat. Und das ist ja auch wirklich, kurz zur Info, eine Person, die diesen Feuerwerksimulator erstellt hat. Also die da dran auch bastelt. Und die hat auch, glaube ich, letztens, gerade gestern, einen Bug entfernt, den ich auch sogar in meinem Video drin hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Oh, jetzt? Was macht er? Nein. Ach, meine, jetzt macht er die Backen. Ja, okay. Oh, warte, warte. Spricht der da vielleicht? Oh, das... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerksimulator. Hallo, Felix. Wie wir wahrscheinlich alle wissen, hat Paluten neulich die 4 Millionen Abonnenten geknackt. Ja. Und deswegen habe ich mir mal den Aufwand gemacht und habe ihm seinen eigenen Paluten-Kopf gebaut. Dankeschön, Felix Mensch. Er hat hier auch alles so verbunden, sodass das dann alles so passend explodiert. Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, hat weit über eine Stunde gedauert. Es ist zwar nicht der schönste, der ordentlichste, aber er soll... Ja, aber das Problem ist, und das ist auch richtig krass, du kannst beim Feuerwerksimulator nicht speichern. Wenn er irgendwie einen Fehler gemacht hätte, aus Versehen irgendwas anzünden, whatever, alles ist weg. Das würde ich mir auch richtig wünschen beim Feuerwerksimulator, wenn dort eine Speicherfunktion hinkommt. Weil, ey, das alles so perfekt hinzupacken, dass keiner von denen umfällt. Ich hätte nicht die Geduld. Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, aber das ist ja nur eine Stunde. Alter, ey, eine Stunde, die ganze Zeit, bam, 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 bam. Junge, Respekt. Felix, wirklich, Grüße gehen raus. Das ist wirklich sehr nett. Das ist auf jeden Fall mit viel Liebe gemacht. Oh, ja. Das Ding hier besteht aus weit über Hunderten von diesen Bombenröhren. Und das hat extrem lang gedauert. Das glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir zünden es direkt an. Das Ganze geht nicht auf einmal los, weil sonst alles auf einmal hell werden würde. Komplett weiß und man würde keinen Effekt sehen. Deswegen habe ich das mit einer sehr schnellen Zündschnur gemacht. Da oben hängt noch ein kleines Spotlight hier, wie man sieht. Und dann... Ach, man kann Spotlights setzen in dem Spiel? Das wusste ich nicht. Deswegen ist das auch so ein bisschen hell erleuchtet. Reden wir gar nicht drum rum, sondern fangen an. Hier haben wir nochmal ein... Da klingt sich aber ein bisschen besser aus als Paletto. Let's go. Ja, ran das Ding. Oh ja, da geht's. Oh. Das ist immer ganz ruhig, ganz klassisch angefangen, weißt du, man muss ja nichts überstürzen. Er springt jetzt auf. Er könnte den Trick machen, den ich herausgefunden hatte, dass man mit diesen Boxen... Weißt du, wie die Leute vielleicht die letzte Folge nicht gesehen hatten? Man kann mit diesem 2021 Schinkenpaket oder sonst was, das plantet man und gleichzeitig kann man da drauf springen und dann kannst du halt richtig hoch fliegen. Richtig geil. Oh, jetzt. Hoi. Alter, das sieht schon geil aus. Was da alles hochgeschossen kommt. Genau, geht er mal. Hi, hi, hi. Das war's schon. Oh. Geiles Ding. Es war richtig... Also... Oh, guck mal da. Da wäre es jetzt cool, wenn man sozusagen diese Effekte so da reinmachen könnte im Spiel. Aber das wäre dann echt, glaube ich, auch einfach zu viel verlangt von dem Entwickler. Aber trotzdem, sehr, sehr geil. Hallo, Felix? Und so schnell sind zwei Stunden Arbeit auch schon wieder abgebrannt. Echt Wahnsinn. Ja, und weg. Paluten, falls du das gerade siehst, herzlichen Glückwunsch zu den 4 Millionen Abonnenten. Dankeschön, Felix. Mach weiter so, gleich wie du bist und danke für deine ganzen Videos, die ich mir über die Jahre angeguckt habe. Dann, wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Hinter das gerne einen Kommentar. Auf jeden Fall. Und ihr könnt ja mal Paluten schreiben. Dann guckt er sich das Video vielleicht auch mal an. Das habt ihr gemacht. Das habt ihr gemacht. Viele Kommentare gab es. Hat sich die Arbeit auch gelohnt. Dann Vorschläge immer in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao. Tschüss, Felix. Paluten. Herzlichen Glückwunsch zu den 4 Millionen Abonnenten. Danke. Danke. Ich habe zu danken. Also das ist wirklich, wirklich mehr als nett. Was macht der denn da? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Polenaximulator. Sorry, dass die Folge gerade so spät kommt. Ich nehme die gerade um halb zehn auf. Ich habe den ganzen Tag irgendwie keine Zeit gefunden. Wie smart ist das denn? Ey, das muss ich auch machen. Einen Tag ohne Video geht gar nicht, dachte ich mir. Deswegen haue ich es lieber spät, als ich mal das Experiment verneulich mit der Kugelbombe machen soll. Da haben wir den Gastank nach ganz weit oben gebacken. Alter, stehend. Und haben ihn dann gezündet und haben geguckt, was passiert. Das machen wir heute mit der Kugelbombe. Alter. Deswegen stellen wir direkt mal wieder so einen kleinen Böller hin. Zack. Damit wir das Ganze zünden können. Dann das Physiktool und dann auf nach oben. Er kann, er zündet das Ding nicht mehr, sondern mit dem Physiktool boostet er sich selber nach oben. Das ist ja noch krasser als das, was ich gemacht habe. Als ob. Und ich glaube, er kann das jetzt auch gleich fixieren, sodass er oben bleibt. Achso, ich konnte mal in Vollbild gehen. War ich eben die ganze Zeit auch nicht in Vollbild? Als ob. Er fliegt halt immer höher. Junge. Ich weiß gar nicht, ob es eine Map-Grenze gibt. Doch, da hinten rechts, oben rechts, sieht man schon eine Map-Grenze. Ja, Felix, ist jetzt auch gut. Reicht jetzt. So, ich würde dann sagen, es reicht langsam mal. Ja. Wir sind schon so hoch, dass man den Schwanen anversehen kann. Warum bin ich lost? Ich sitze gerade im Schnitt und merke, dass ich zu dem Flamingo gerade Schwanen gesagt habe. Ja. Gut. Alles, ich habe fast alles. Dann zündchen wir die Hand. Zack. Dann einmal runter mit uns. Hüpf. Es ist geil. Peng. Flup. Verbinden das Ding. Aber vor allen Dingen, ja, jetzt fliegt das ja noch höher. Noch eine kleine Verzögerung zum Anzünden. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt. Zack. Zack. Und dann geht es auch schon ans Anzünden. Let's go. Ja, mach mal ran da. Vor allen Dingen, sieht man das überhaupt noch so hoch, wie die ist? Weil die ist jetzt da ja mega... Man sieht sie gar nicht. Oh. Das ist cool. Aber ziemlich krass. weit weg. Aber coole Idee. Muss ich ihm lassen. Wenn aber doch, dass die recht hoch war, ne? Sonst kommen wir mal bis zum Boden. Das ist ja cool. Das sah jetzt aus wie ein normales Ding. Ja, sehr guter Vorschlag. Danke, ne? Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr vom Feuerwerk-Simulator sehen willst, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonatet ihr mich auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video. Ja. Ciao. Danke, Felix. Tschüss. Schönes Schaffchen noch. Tschüss. 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 Tschüss.